Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Extreme Spray & Clay ist ein hochwirksames Reinigungsset für alle Lacke, lackierten Kunststoffteile und Glas. Es besteht aus einer weichen Spezialreinigungsknetmasse und einem Reinigungsglidespray. Den Lack mit dem Glidespray einsprühen, danach mit dem Clay sanft wischen und die Verschmutzungen aufnehmen. Sonax Extreme Spray & Clay entfernt schnell, einfach und gründlich alle oberflächlichen Verschmutzungen, wie Baumharz, Flugrost, Insektenreste, Bienenkot und Teerflecken, die sich durch eine normale Autowäsche nicht beseitigen lassen. Nach der Reinigung mit Sonax Extreme Spray & Clay fühlt sich der Lack deutlich glatter an. Der Sonax Pflegeratgeber